Hallo und Willkommen zurück zu Splinter Cell schwarze Liste Ja Ich habe eine Schale gedämpft, aber ich will sie nicht unbedingt benutzen Hä? Ich habe gerade die Streuung Ein einzelnes massives Voltip Oh Oh wow, okay Das ist dann die One-Head-Kill-Waffe, wenn man das macht, aber nur aus der Nähe Ist da noch Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, wir spielen einfach auf einen zu schweren Schwierigkeitsgrad von Anfang an, als das Spiel das erwartet hat und deswegen habe ich einfach so viel Geld, dass ich mir irgendwie alles kaufen kann Ja, vielleicht, also ich sage dir mal, ich habe 75 Millionen Dollar da oben stehen Also ich habe... Ich kann gar nichts mehr kaufen, weil schon alles freigeschaltet ist Ich habe 2 Millionen Ja Bist schon nach Reich, keine Sorge Die habe ich fertig Die habe ich fertig Die ist nicht verfügbar, die ist nicht verfügbar Oh mein Gott, ich habe alle Pistolen gekauft, die ich besitze Weil ich habe keinen Schwarzmarkt, die habe ich mir noch nicht gekauft Wie viele Pistolen hast du dann, aktuell? 1, 2, 3, 4 Es ist noch eine normale, die noch nicht verfügbar ist Sprich mit Gräben und upgraded Charlies Werkstatt Achso, okay Und die beiden Schwarzmarkt Waffen Ach, du siehst schon alle, dann brauche ich dir ja gar nichts sagen Sekundär Waffen Hier sind aber natürlich noch ein paar mehr, weil es ja verschiedene Arten sind Könnte diese Pistole vielleicht besser werden, wenn man mehr Upgrades einsteckt, das ist die Frage Mit Lichtpunkt, mit Laser, mit einer Holzspitze Präzisionsschluss und Gleichgewicht Warte mal, die hat gar keinen Schalldämpfer, ist das richtig? Halbzerbrechen, nice Ja, hat sie nicht, schade Egal, das ist bei der Mission ja gar nicht so schlimm, weil wenn wir entdeckt werden, kann ich auch einfach laut schießen Die SCIS Pistole ist einfach immer die beste, wie gemein ist das denn? Oh, die ist auf Präzisionsmunition gerade, ich kann sie also noch stärker machen Ach, da ist der Honey Badger von dem du redest Ja, hast du die auch schon? Ich kann sie sehen, wenn ich will Okay Ich frage mich jetzt nochmal, mache ich das jetzt schon? Ah ne, das macht noch keinen Sinn Ich kaufe mir noch nicht den Schwarzmarkt oder das andere Upgrade Also SCIS Pistole ist am Ende die beste, kann ich dir nur sagen Sekundärwaffen haben sehr viel Auswahl Also ich habe jetzt tatsächlich eine Waffe gefunden, die besser ist als der Honey Badger Und zwar die SC-4000 Wesentlich stärker als die Honey Badger Mit dem doppelt so großen Magazin und trotzdem still Jetzt frage ich mich gerade, sind die Pistolen nach unten immer besser? Ich habe gerade gesagt, dass die Pistole, die nicht die unterste ist, besser ist als die unterste Welche denn? Die SCIS ist besser als die US-C-4000 An welcher Position ist die, weil ich sehe keine, die mit S startet? Ja, ein vierter 1, 2, 3, 4 Ach so, das ist die, die kommt, wenn ich einen Werkstatt Upgrade mache Deswegen ist sie wahrscheinlich die beste Und die beiden Schwarzmarkt, die sind nicht so gut Naja, die D-50 könnte vielleicht mit Upgrades bei der Feuerkraft gewinnen Aber die kann kein Schalldämpfer haben Ach so, okay Kann nicht, aber ich ruste sie mal aus Also aktuell ist die US-P-54, also 45 die beste Wohlspitz, Patzerbrechend, hauen wir mal raus hier Sekunde Ah, nur eins davon möglich, das ist doof Okay, also die D-50 ist jetzt, was Feuerkraft angeht, 3 Punkte besser Und was Reichweite angeht, 2 Punkte besser Aber die SCIS hat 5 Punkte mehr Präzision und 6 Punkte mehr Kontrolle bei mir also Und ist gedämpft Was war deine Frage noch? Die Makarov ist eine Witzwaffe, die würde ich gar nicht erst... Interessant, Leuchtpunkt erzeugt mehr Präzision als Holo So In diesem Spiel, glaube ich erstmal bei dem noch Schlafgas Und die andere hat Geräusche mit der EMP-Dümpel Und Schlafgas, ebenfalls Die Armbus ist also besser als die taktische Armbus Na gut Am Anzug ändere ich jetzt auch nichts Theoretisch könnte ich ja sagen, ich verzichte mal auf Nanotarn-Phase So Ich hol mir was mit mehr Panzerung Für die Mission, die wir aktuell machen Keramik-Panzerung Naja Ich verstehe nicht genau, wie Stealth funktioniert Inwiefern bin ich denn... Ah ja, verringert Bewegungsgeräusche Also bei mir haben wir es gestern nicht geschafft, Panther zu bekommen, sondern nur Assault Das war knapp Okay, wir machen private Lobby Also wir haben halt Theo Theoretisch habe ich das Achievement genug Panther Aber es ist die Frage, ob wir einfach so weitermachen wollen Achso, ich dachte, man muss alle haben Das ist ja auch nicht Äh, nein, das ist Schiefmann verlangt nur 7 Na gut Also das Schiefmann ist dann netter Als die im Spiel so Ja, musst du mir sagen, ob du am Ende Lust hast, die alle zu farmen Soweit es geht So, wir waren bei Charlie, oder? Das heißt, wir gehen jetzt in die Schweizer Botschaft Wenn das die nächste ist, ja Ja, das ist die nächste Botschaft Schalwelle kann ich nicht auswählen Und du siehst auch nicht Wir haben keinen Welle 10 Checkpoint bei der anderen Map wahrscheinlich So was haben die nicht Warte Wir haben Welle 6 und Welle 11 als Startwelle Oh, cool Dann können wir die ja tatsächlich noch fertig machen Irgendwann später im Nachhinein Mit einer anderen Taktik Ja, deswegen kann man hier Wählen auswählen Okay Na dann, also gleicher Plan wie vorhin Wir machen die Botschaften einfach alle 10 Wellen durch und hauen dann ab Sam, Briggs, habt ihr Charlies Paket? Ja, und was wir noch haben ist Gesellschaft Mist, ich kann euch noch nicht rausholen Haltet ihr dort so lange durch, bis ich mir was ausgedacht habe? Klingt, als hätten wir keine Wahl Oh, ich liebe diese Waffe jetzt schon Datenpaket ist da oben Oh, nice, das sehe ich Ja, cool Hier ist es sehr hell, das gefällt mir nicht So, ich bin auch gerne hier oben, weil hier oben Ich bin mir sicher Spawn irgendwo da vorne im Foyer Ich kann nicht sehen, also Ich glaube, du eigentlich schon rumschiffst Hinter mir ist jemand Also, ja Sorry, er ist eine Mille Er ist mir schon im Kampf, ha? Ja, also wenn du willst, können wir nochmal resetten und das Silent ausprobieren Weil, ansonsten halt ab der zweiten Welle Er ist hinter mir gespawnt, Mann, was kann ich dafür Ich muss nach oben kommen, das ist sicher Ja, da hätten wir einfach mitgehen sollen Können wir da erstmal chillen Als dann eine bessere Strategie überlegen Jetzt ist das Datenpaket, aber Ah, X ist so ein paar Feindkontakt in 5 Sekunden Wecken wir uns hier hinten Ich hoffe, wir woanders sind Tschüss Nice, hier oben bin ich Komm quasi vorne am Eingang raus wahrscheinlich, aber Ja, hier hinten sind welche So, ich habe erstmal das Licht bei mir ausgeschaltet Ja, keine schlechte Idee Wenn es denn Ähm, X E? Na okay So weit weg, dass ich sie irgendwie speziell sehen würde Äh, einer kommt gerade direkt zu dir Willst du den Nahkampf killen? Gut Es ist bald noch einer hinter dir Aber bei mir kommt einer die Treppe Lautloser kill, aber ich habe trotzdem ein Visierding bei mir gehabt Ziel ist neutralisiert Wurde, also ich bin sichtbar Das zählt als Kampfkill, okay dann Nice, das ist viel gekillt So, dann kann ich hier wieder mit der anderen Laufschießen Und nicht so, wenn wir einen Kampf haben Achso, da hast du Weil das Ding ist Auch wenn du entdeckt wurdest Zählst du für mich auch als Kampfkills Also Wurde ich dann als Erster entdeckt? Bumsch Äh, ich denke schon Weil ich Auf jeden Fall war mein Kill noch lautlos Achtung, seid vorsichtig, wir haben gesucht Boah, wir waren wieder vor Foyer Äh Mein Gott, hier ist es hier viel zu dunkel Machen wir mal ein bisschen Licht aus Also ist es zu hell, meinst du nicht zu dunkel Äh, ja, du hast vollkommen recht Da kommt halt einer bei dir hoch, ich habe ihn mal Du kannst ja jetzt auch Sonnabel nutzen Ja, ich weiß nicht Also Dann Nutze es weise Und ich habe immer noch mein Radar, das du ja irgendwie nicht haben darfst Aber die kommen zu zweit hier hoch, die decken sich gegenseitig, wie gemein Bei dir geht wer hoch ist Ja Sobald ich den Sobald ich den zweiten sehe Ah, die finden die Leiche von vorhin, aber das ist ja wurscht Redet du dich um? Die Leiche dürfte ehrlich gesagt gar nicht mehr da sein Liegt dann noch auf Ja, der ist der Leicht Weil die müssten eigentlich sehr schnell die spawnen Ah, da ist noch ein dritter dahinter Da waren beide lautlos auf jeden Fall Das ist jetzt Kram Ja Ja, das wundert mich nicht Ich habe ja nach den ersten beiden aufgehört zu gucken Ich brauche doch ein anderes Zielfernrohr Ich habe vierfachpflicht mit dem Ding, weil ich sie als Ersatzleiter nutzen wollte Au Noch einer Au Okay, ich bin einfach ganz gestorben Au, das ist doof Aber es sollten nicht mehr viele sein, oder? Ja, markierst du? Ach, kannst du gar nicht Nein, ich bin ganz tot Ich kann vielleicht markieren aus deiner Sicht, aber 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 ne, scheinlich zu gehen Ich, ich, ich bin wo dran gehangen Und bin da dann gestorben Und keine Ahnung Anscheinend Ich bin dann irgendwie so komisch glitschig gefallen Wahrscheinlich, als ich bin nicht ganz gewusst, wo es mich hinstellen sollte Okay, ja Du kannst dich von da aus aber schon treffen, oder nicht? Leider kann man die ganz oberen Lämpchen nicht ausschalten Ja Ja, hier an der anderen Seite bin ich gehangen und runter gefallen Ich hab dich fallen sehen Ach hast du, okay Ja Das ist wieder lautlos, cool Sonst haben wir das auch nicht im Sinne Oh shit Das war vorerst der letzte von denen Der war trotzdem lautlos Ah, okay Ja, es war noch nicht durch Sieht aus, als hätten die Verstärkung erhalten Man, für so einen Modus wünschte ich mir sowas wie Die treten ihn und sagen ich mal Bereit machen, da kommen sie Für den Snipernete Wir sind aber jetzt nicht im Snipernete Kommen sie wieder aus dem Foyer? Ja Sieht so aus Ich bin einfach wieder hier unten Sie haben gar keinen Außenbereich hier, glaub ich Hier ist ein Eindringling, sucht nach ihm Schwärmt aus, durchsucht alles Also T ist zum Schreiben, naja Nice Du siehst auch welche? Ja Ich seh auch welche von meiner Position Könnt ihr mal aufhören zu leuchten, ihr Dick? Hier ist keiner Halt euch mal ein bisschen auf Mir kommt gleich jemand drauf Dann los Feind neutralisiert Auf der anderen Seite gehen sie auch bald rauf Die sind so vorsichtig Sollen was gefunden? Nicht gefunden Ja, die wissen, dass wir hier sind, weißt du? Drei Stückchen Okay, also mehr als fünf sind grad nicht auf der Map Nicht in meiner Sichtweite jedenfalls Okay, die zwei könnten wir erledigen Schießt du den einen ab und ich den anderen? Ah, das wäre grundsätzlich möglich Siehst du auf wenig Ziele? Ich weiß auch nicht, ob die von vorne, vom Foyer, den ich sehen würden Da wo die jetzt stehen Ich sehe gar nichts Ist ja trotzdem silent Oder? Ja, der eine könnte eventuell durchgucken Ich muss da mal rüber auf mich Warte mal Jeder Hä? Wer ist da drüben? Was genau hast du gemacht? Warum waren wir jetzt komplett entdeckt? Hm, ja du hast dich doch von dem da sehen lassen Ich hab mich, ich hab doch nur die Tür geöffnet Ah, okay Also ich, ich hab nicht aufgepasst Ich wollte Tod von oben machen Und auf einmal hat der eine Typ dich angeschrien So ungefähr Wieso angeschrien? Ich hab doch nur die Tür aufgemacht Die haben doch Die, die waren doch noch gar nicht Richtig irgendwie aktiv Ja, in Ordnung Also aus meiner Sicht Also Hast du irgendwas gemacht, um den aufzurecken Ich hab die Tür geöffnet Damit ich Damit er da her geht Das sollte doch eigentlich noch nicht als entdeckt gelten Dennis Bewegen die sich bei dir noch? Oder stehen die auch nur rum? Nein, die stehen glaube ich so Weiß nicht Mal schauen, ob wir die noch anschleichen können Wenn sie da so stehen Ich komm hier nicht raus Ich wollte den hintersten erschießen, aber Der ist streng genommen Oh, warte Oh, weißt du was? Äh Ziel neutralisiert Ja, das war ein Kampfkill auch Das war auch ein Kampfkill Das ist, bei mir wird das gar nicht eingeblendet Ich hab grad extra den ganzen Bildschirm angestellt Der steht unten Ich mein, warum sollte es nur bei mir stehen? Also das würde ich jetzt nicht verstehen so ganz Aber es sind nur zwei Ja, sorry, die haben mich angeblinzelt Ja, gut, aber du hättest ja weggehen können Ich kam ja grad von hinter dir, ne? Ich hasse am allermeisten, wenn ich versuche wegzukriechen Und dann noch entdeckt werde Deswegen mach ich das in Zukunft nicht mehr Außer jedes eine Mal, wo der Typ einer war, den wir fangen wollten Siehst du mehr als nur die zwei? Ich kann nicht mehr mal... Oh ja, da oben Willst du nicht mal auf meine Seite... Achso, du bist sicher Okay Du weißt noch gar nicht dann, als die Tür... Was labert der? Außerdem ist die Tür unten die geöffnet worden Ich weiß nicht so ganz Eigentlich hat es eine Leid Au, scheiße, sorry Der wird sich jetzt aufregen Äh... Warum kann ich nicht... Ja... Seil ausgeschaltet Da hinten kommen welche Oh, da hinten kommt noch einer, der ist... Der... Ach, scheiße, ich bin auf Einzelschuss Ich muss mal was tun hier Ich muss mal was tun hier Dematches Feuern Ich benutze Einzelschuss einfach nicht bei so einem großen Magazin, ich hasse das Vielleicht bin ich deswegen Low-Rank überall Sind nur noch die zwei, so wie es ausschaut Ja... 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 Aber wo ist denn so ein Koffer? Ich bräuchte mal wieder Ich hab... Was? Ich hab noch 280 Schuss mit dem... Also auf der Map sit Money-Dinger, hier drin ist ein Koffer Die Leiche... Packt die bei dir auch am Boden rum? Ich verstehe nicht, was dein Problem ist Natürlich liegen Leichen am Boden Oder... Ja... Aber... Sie glitscht nicht durch den Boden und macht dabei Geräusche über dir, oder? Ich... Wo denn? Äh... In dem Raum... Der letzte, den ich gekillt habe im Endeffekt Oh, hast du die Tür zugemacht? Nein Was? Machst du zu? Ist alles offen? Willst du nicht, dass alles offen ist? Bekommt die andere mehr raus? Wo ist der denn jetzt brauchen? Von hier hinten Hier, markiert der Okay Dann stell mich mal her in die Wand Helm-Typen, das erste Mal Kann man gerne machen, lass dem Auto sich tauchen Na? Möchtest du hier reingucken? Sicher nicht Ey, der war doch gerade eben noch sichtbar Ah, okay dann ich Okay, ich halte die Hände Ja, mach's Bist du ein Helm-Typ? Ich warte nur darauf, dass wir näher kommen Und ich habe kein Geduld mehr Ich kletter jetzt rüber Ach, da ist noch ein anderer Bagen wir es an Ich glaube im Foyer war auch was, aber ich könnte mich irren Okay Also der hier ist noch nicht markiert Und ich kann den noch nicht markieren Aber ansonsten sind... Ist hier scheinbar niemand mehr Ich kann den gleich Nahkampf killen Weil ich jetzt hinter all den anderen bin Hast du was? Ziel ausgeschaltet Hast nichts gesehen Uh, gerade noch weggekommen Der Lichtschalter muss ich mal Äh, ja, knapp Die andere Wärfe mit 60... Also mit 60 Schuss ist es sehr angenehm einen Helm-Typen abzuknallen Dann sind die einfach hinter mir gespawnt, wie hast du es gesagt? Ich sehe nur noch die zwei Typen hier Wir sind gerade nicht auf der Map Scheinbar Vielleicht, keine Ahnung Hau doch nicht ab! Ich lass mich hinter dem Fall Geil, wenn du dich um den anderen kümmern würdest Komm, ich wohne mal hinter Ja, das waren vier Kugeln aus dem Magazin Das ist super easy so Ich sehe niemanden mehr Oh, okay Hat sich erledigt Jetzt schon Oh mein Gott, ich hab den Feuerlöscher markiert, wie eklig Hehehe Läscht gerne Feuer Ich kann da gar nicht hoch und dran Okay Oh, oh mein Gott Ach, knappe Sache Hier kann ich hoch Ich sehe mich sicher nicht, wenn ich es ein wenigst Jetzt hat er gemerkt Oh mein Gott! Da sind noch ein paar Tschüss! Aua! Ah! Oh da, da spawnt was hinter uns Shit, ich bereue gerade dieses Visier genommen zu haben für Hinter dir Er kam von Ah, wo er halt hier kam Der ist erledigt Ich zieh mich mal zurück Shit, natürlich ist sie auch hier Da musst du vor deine Granate rein Ich brauche den Hinter Los! Ach! Hast du Probleme? Es sehen sich keine weiteren Angreifer Fürs Erste Sieht gut aus Durchhalten Die bereiten gerade den nächsten Angriff vor Okay, ja das können sie ja ruhig machen Stör mich ja nicht Feindkontakt in 5 Sekunden Oh Einfach nur Ziel Viel gesichert Gute Arbeit Die anderen zwei kann ich von hinten erledigen Es hat einen von uns erwischt Los Ihr müsst weitersuchen Ah, besser nicht Zusehnlich leid Ihr habt hier Hilfe gebraucht Oh mein, fangen wir gehen müssen Nein, das war ziemlich eng Nämlich fast Oh mein Gott, Alter Ne, die haben jetzt definitiv eine Leiche entdeckt Aber mei, das Konnte ich nicht vermeiden Der kam hier rüber geklettert Als wir gerade beide nackern Ich will den Einfanger nicht töten Ja, auf den zu markieren, du rotes Tal Auf der Seite ist nichts Da ist ja noch einer Wie nicht Shit, ich bin gerade Ja Ja, jetzt bin ich entdeckt Äh, dachte ich jedenfalls Ja, müsste ich sagen Äh, ich kann sie ablenken Ich renne einfach drauf zu und drück E Das war keine gute Idee Ja, vor allem weil auf einmal Gegner zu mir kamen Von wo auch immer Diese Punkte hier Ich dachte nur noch der Typ war da Nein Oh, du bist auch zurück Ja, weil Gegner zu mir kamen Ja, keine Ahnung Ich meine, wenn du so auf ihn zu rennst Ja Gehe ich eigentlich voll aus, dass er der Letzte ist Wenn du schon so ein Whisky-Akt machst Also Meier, oder? Nein, aber nicht der Letzte Nicht jeden Wie solltest du das nicht machen? Botschaft der Schwanz Nein Vor Ort ist eine wichtige Zielperson Oh, nicht ernsthaft Darf ich das Licht wieder ausschalten Oh, das ist gemeint Nicht, dass es einen großen Unterschied macht Komm, wenn ich es da volles macht so ein Unterschied Doch, natürlich Er ist wieder dort gespawnt Scheiße, ich hab damit gerechnet, dass er woanders ist Geht er schnell hoch, der ist allein Der ist nicht allein Der ist nicht allein Wo ein war allein Alarmiert die anderen Hier ist ein Eisringling Hey, ich brauche hier Hilfe Mich Da ist der Ach, Mensch Da ist der Bin dran, sichere mich Ja Hier unten ist einer, der was gegen dich hat Ich mach mal was Ja Die kam auf einmal da rein in den Raum Ich hab' den Song gekümmert, bin gleich bei dir Wichtiges Ziel verpackt und verschwürt Andere Oh, der rennt gleich hier rauf Äh, ich verstecke den Shit, ey Gefangen nehmen? Geht? Übers Fenster? Oh Nice Hab ihn also Müssen wir nur noch killen Er ist irgendwo da drin Sieht aus, als sei er gesichert Okay Was sind die jetzt eigentlich? Mein F sieht einfach nix Oh, ganz da hinten gespawnt Okay, unsere Dinger sind weg Ich glaube es ist wieder ruhig Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen Okay, dann los Ziel ausgeschaltet Ah, da geht, da steht einer Schon was gefunden? Ja Der Rest muss vom Haupteingang her kommen Hier ist gar nichts Ich denke nicht, dass hier in der Ecke noch einer ist Diese aktuellen hat drei Ja, ich kann nicht mehr markieren Ich weiß nicht ganz, was der vierte ist Nicht auf meiner Hälfte, sonst Oh, witzig Na das ist ja kein Problem dann Nichts Verteilen wir uns Sind die zu zweit hier oben? Sehr cool gemacht Alter Mann Da drüben irgendwas entdeckt? Doch kein alter Mann Hier ist nichts zu sehen Bin ich nicht Na gehst du rüber oder nicht? Ach, der ist einfach da rüber gelaufen Ja, sehr nett Geht das durch die Wand? Das geht auf jeden Fall durchs offene Fans Schicke jetzt einen Jedi, der euch abholt Ihr könnt aber auch noch eine einzige Zielperson kassieren Eure Entscheidung Wir haben noch fünf Runden für uns Ja Hört den Heli zurück Ich bleibe Hältst du das für eine gute Idee, Sir? Die Botschaft ist Kriegsgebiet Wir bekommen vielleicht keine zweite Chance auf diese Ziele Das lasse ich mir nicht entgehen Im Foyer wieder Ok Alles durch Luft Ich glaube wir haben einen Eindringling Wo hast du die denn geschmissen? An die Wand? Wo soll ich denn sonst markieren? Komm, ich brauch dabei Hilfe Ich sehe so viel, Dennis Es ist unglaublich Weiß ich auch nicht Ich sehe auf unserer Seite niemanden, wenn ich durch die Kamera gucke Nur der Typ, der schon markiert ist, der jetzt rüberkommt Und die Zahl, die du markiert hast Also ich sehe insgesamt nicht mehr Es sind gerade glaube ich nicht mehr auf der Map Ich kümmer dich um den, der übrig ist Achso, ist der einzige Ja, jetzt sind gerade wieder fünf neue gespawnt Ich benutze mal meine Kamera Mit meiner Kamera sehe ich im linken Bereich niemanden Also ich sehe in meinem F gerade auch niemanden Vom Haupteingang aus Jetzt sehe ich auch keinen Äh, ja, ich warte Ich kann einen F'n Hier, der ist auf deinem Weg gerade Oh mein Gott, okay Die Nachtsicht-Type sind das Äh, äh Ziel ausgeschaltet Au, da ist was laut geworden Er hat mich gesehen, als ich Deckung gewechselt habe Der ist erledigt So, ich habe ihn umgebracht Warte, der Kill war noch lautlos? Okay, sehr strange Der war auch lautlos! Okay, gut, vom Joost Ich bin gerne noch lautlos Wenn ich das nicht als lautlos empfand Oder lag das daran, weil sie mich getötet haben? Und dadurch waren sie nicht mehr aggressiv? Vielleicht Oh shit, ich habe Tränengas aktiviert, meine Fehler Wollte zurück zu meiner Kamera Um zu gucken, ob noch was ist Äh, die gammeln gerade mit Tränengas ab, also die kommen halt erstmal nicht so schnell Der ist nicht weg, such weiter! Ich sehe nur noch die vier auf der Map, also Theoretisch, äh, ich könnte zwei mit Ausschalten killen, aber das reicht ja nicht Nein! Mensch, warum sehen die mich denn hier? Boah, ich habe einen neutralisieren Ja... Oh, oh! Da kam gerade einer bei mir, gespawnt Wollte aber zu dir weiterlaufen, wie Sau, Chef Holy shit Das ist gerade etwas Knapp gewesen Keine Ahnung, ob wir jetzt noch halbwegs Stealth sind oder nicht, aber Ich weiß es gerade auch nicht so ganz Ich habe hier mehr Leute in meiner... Nein, meine Dinger sind auf jeden Fall wieder weg, also vielleicht gelten wir wieder als Stealth Ich habe niemanden, der in meiner Reichweite ist Ah, okay, wenn ihr euch nicht bewegt, reiche ich halt jetzt einfach Ja, dann leid auch nicht auf Ich fange von hinten an aufzuräumen Ziel ausgeschaltet Was? Der hat einfach auf mich geschossen, ohne zu sagen, dass er mich überhaupt sieht Der Letzte könnte mich kriegen Ja, warum sollten sie es denn noch sagen? Keine Ahnung Die haben Kumpel mitteilen und so'n Scheiß Nicht unvorsichtig werden, die bereiten den nächsten Angriff vor Okay, wo denn? Bereit machen, da kommen sie Ich krieg auch keine Munition mehr Kommen sie hier von wo Ja, war aber hier, okay Hier gibt es einfach nicht so viele Punkte, wo die kommen können Durchsucht alles, hier ist ein Eindring Äh, Hintertür, Dennis Leuchtet auch Da möchte ich hin Ziel ausgeschaltet Ich verteidige Hintertürchen Wenn es, äh, klappt Ah, scheiß Feuerlöscher, den will ich nicht markieren Hier sind glaube ich noch zwei, aber ich kann Konnte den einen nicht markieren Okay, passt Ich lauf ihn einfach entgegen, das ist das Einfachste Wieso höre ich so'n komischen Bot, als ob die sowas hätten jetzt Ziel neutralisiert Wer weiß, wer weiß Ah, das Lichtschalter Klingt eigentlich eher wie eine Sicherheitskamera, aber hier kann ja gar keine sein Äh, auf meiner Seite ist irgendwie nur noch einer Oh, okay, das sind zwei neue gespawnt Hab also nichts gesagt Ist das so angenehm mit der Schusswaffe Also, ja, alles sind Schusswaffe Ist mir schon klar Aber mit dieser eigentliche So angenehm Oh, oh, hintert Ich weiß nicht, ob du die hier siehst, aber Hinter dir sind die nicht Nicht wirklich, aber die könnten dich bald sehen Ach shit, alter, das ist mir ja sauf Vieles mal saniert Eine Waffe wollte einfach kurz nicht schießen Ich weiß nicht warum Hast du den Nahkampf gekillt? Hinter mir spawnt einer, weht ja Hinter mir ist grad einer gespawnt, ich hab's nicht mal rechtzeitig gesehen Ja, jetzt sind wir grad im Assault Modus Das ist, äh Wunderlich nicht Warte, ich richte mich auf und töte den ein Mehr sind hier grade nicht mehr Ach, die spawnen manchmal echt ungünstig dann Aber da kommt gleich einer Von der anderen Brücke Danke für die Hilfe Okay, los Ja Sowas mag ich Hä? Du schießt Ich schieße auf die Gegner, warum? Du nicht? Ich seh nur noch drei Keine Ahnung, wo der letzte ist Feind neutralisiert Naja, wir hören quasi deren Gerät Äh, dann immer so Da kommt gleich einer die Brücke rüber Hab mit dir markiert Alter Weißt du, einer kommt von der Seite, der andere kommt von der Seite Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll Ich weiß nicht, wo der letzte ist Ist das doch alles markiert oder nicht? Ja, ist alles markiert Wie, alles markiert? Hä, auf einmal ist das Ja, alles markiert! Ich hab dich schon vor Fünf Minuten markiert Okay, komisch Passt schon Vorsicht, sie treffen Vorkehrungen für den nächsten Angriff Viel zu hell hier, quält mich Vorkehrungen für den nächsten Angriff Was für Vorkehrungen denn? Fünf Sekunden bis Kontakt Fünf Sekunden bis Kontakt Wieder im Foyer Und scheint nur dort Oh, da war, da Ja, dachte ich mir gerade auch so, da war ein Hund dabei Ziel ausgeschaltet Mindestens zwei Haben die nur da alleine rein? Was sind jetzt die Leute? Ah, da hinten stand rein, da Äh, auf einmal kommen Da hinten sind noch einmal sechs Stück Hey, also ich versuche das alles zu decken Ich raste die einfach gleich Kunde ausgefallen, der Einbringling ist noch hier Kunde ausgefallen, haben sie gesagt Kunde ausgefallen, haben sie gesagt Ich habe hier vier Leute mit Helmen vor mir, das ist voll witzig Äh, der eine fängt gerade an zu rennen Okay, warum? Wir haben auch Okay, jetzt hört er wieder auf Ich weiß nicht warum Drei Okay, die ersten drei waren noch silent, die zwei danach waren sicher nicht mit Der ist ja so viel dabei ein Schlag wahrscheinlich Ja, mein Gott, ich meine, die sind hier aber irgendwie auch etwas zu nah dran gewesen dann noch einmal Nein Also den Hund konnte ich nur laut loskehlen Au, ich bin gleich hin Ich muss hier schnell rüber Huh Ich muss hier noch gleich wieder ein Ich ergesse immer, dass ich die Waffe an der Wand nicht benutze Oh mein Gott, ich habe mich noch nicht regeneriert, das gefällt mir gerade gar nicht Wer fahre ich zur Granate Servus Ich schieße ihn tot Wenn ich Sinn bekomme, muss ich nachladen Lieg schon die ganze Zeit am Boden? Wieso dauert das so lange? Du liegst schon die Garten Ist das dein scheiß Ernst? Du Ja, ich habe auf der anderen Seite gerade Tränengas geworfen und bin rückwärts in deine Richtung Und dann wurde ich von deiner Seite aus erschossen Als du gerade gesagt hast, du richtest dich auf oder keine Ahnung Du schaust nicht in die Richtung, in die du gehst? Ich bin rückwärts gegangen, weil ich erst die eine Seite abdecken wollte, Dennis Auf meiner Seite sind vier Leute gespawnt und ich war schon dunkelrot, weil der eine von unten mich angegriffen hat Und auf einmal kippst du um, was denkst du, wie ich mich da fühle Da habe ich gedacht, oh ja, das schaffe ich jetzt ganz leicht So habe ich mich gefühlt, genau Wird gar kein Problem jetzt Joa Also logischerweise ist es ein Problem geworden Wir gehen da alle mit der Suche Hier sind wieder so viele, aber vielleicht gehe ich jetzt einfach etwas aggressiver Ja, aber dann werden da Kampfkills kommen, wenn du aggressiver gehst Hä? War das jetzt ein Kampfkill oder nicht? Und das da? Ja, ein Kill war jetzt ein Kampfkill Waren wir schon entdeckt Das ist wesentlich einfacher, wenn ich gleich auf die schieße Oh, okay, doch nicht so einfach Ja, wenn du sie alle aufregst, damit sie alle überall hin rennen Guck mal, die Hunde an die Batsitieren Das ist sehr gut, danke für den Tipp und so Wow, ich habe den Hund gerade abgewimmelt Ja, es ist glaube ich doch nicht so gut, wenn die alle wissen, wo du bist, oder? Na, es ist... Vielleicht... Es wird auch ein bisschen helfen, wenn du nicht so schnell tot wirst Mein Gott, Alter Ja, wenn noch irgendwie 30 Gegner leben, dann ist das auch sehr leicht Das kommt nur von gleichzeitig Das sah mir aber irgendwie gerade wie mehr Leute als fünf gleichzeitig aus Warte, ich laufe da jetzt so schnell hin Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Gegner hart an, wie viele gleichzeitig kommen Ich glaube nicht, dass es immer fünf sind Okay, ich bin so schnell hier gewesen, die sind noch gar nicht gespawnt Hä? Warte mal, was? Die sind zwischen uns gespawnt Ich kann die nicht markieren, aber du solltest dich echt umdrehen Ah, du hast die gesehen, sehr gut Bei mir ist gerade gar keiner mehr Nein, du hast gesagt, ich sollte mich umdrehen, also habe ich mich hier rumgedreht Ja, sehr gut Bei mir ist keiner gespawnt jetzt Ja, der hat mich bei einer gesehen, das musste sein Äh, hä, ich verstehe jetzt nicht, warum war es denn jetzt ein Kampfkill, hä? Oh, da kommen Hunde Ah, die können die Tür nicht öffnen, also müssen sie außen umlaufen Ich bin so verrührt, ich habe den Typen nur jetzt von hinten drin gebracht, der auf den du geschossen hast Oder wollte es zumindest Da ist gerade einer gespawnt, direkt beim Hund Wie gemein Der Kerl ist da drüben Ah, ah 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 Warte mal, was? Warum hat denn einschuss Ich bin grad automatisch aufgestanden Hä, warum das ist das? Ich lag am Boden und wollte mich aufrichten Und auf einmal steht mein Charakter wieder, nur um ganz zu sterben Aber das lag daran, weil gleichzeitig du gefallen bist Und dann habe ich quasi nochmal die Komplett-Tod-Animation bekommen oder so, keine Ahnung Es sah sehr schreck aus Es kommt gleich Besuch Okay, wir bleiben jetzt zusammen, wie wäre es damit? Und jetzt Dir gefällt die Ecke hier oben Einer verteidigt die Treppe und der andere den Gang Ah, komm, ich weiß nicht hier Und rüste Tränengas aus, ich glaube das ist ja noch Stealth Ah, ja Ansonsten, ich arbeite auch ganz gerne mit Rauch Und F Ich verstehe nur so Ich dachte Tränengas wäre tödlich, aber anscheinend ja nicht Welchen Sinn das Nein Ist genau so wie Pfefferspray, man Ja, aber da Was ist denn dann der Unterschied zwischen Tränengas und Rauch? So Durch Tränengas kannst du noch was sehen Durch Rauch nicht Bei dir kommt gleich ein Hund drauf Sehr bald Die Leiche sieht keiner So, was sagt meine Kamera? Hier ist irgendjemand Verteilt euch Und äh, meine Kamera ist ein Typ Meine Kamera ist nicht so gut platziert, muss ich sagen Ich kann sie ablenken Ist irgendwie auch nicht mehr außer den, den du schon markiert hast Der zweite halt Hast du den jetzt echt Oh, da ist ein neuer gespawnt Ich habe ihn demarkiert Ich glaube da ist mehr als ein neuer gespawnt Ja Auf meiner Seite ist auch jemand Neu dazu gekommen Äh Mehr als einer Nein Ihr scheiß Hund Wo kamen die Hunde auf einmal her Die waren gerade eben noch nicht da Weil auf einmal zwei neue Hunde da waren Nur mit dem Typen wäre ich klar gekommen Und einer kommt zwei Hunde Ich komme zu dir alle Ja, ich hoffe ich habe den Hund erledigt Bis der Gegner Da kommt noch einer Ziel ausgeschaltet Und Warte mal, der steht so, dass ich ihn sogar treffen kann Okay, er ist aufgestanden Da ist wieder einer Da hinten ist noch einer Shit Scheiße, ich kann nicht mehr schießen Ich habe irgendwie kaputt Wir müssen das jetzt schaffen Wenn ich jetzt sterbe, dann tut's mir leid Aber Okay, ich bin gleich Wahrscheinlich gleich so, wenn ich Hab die Deckung erreicht Man kann übrigens ohne zu zielen aus der Deckung schauen Falls ich das noch nicht aussieht dann Hund, Hund hinter uns Ja Ich habe den auch gesehen Also was Nein, das ist der Aunderbecher auf der Seite Nicht drauf gehen, Sam Äh, ich hoffe das klappt Nein Ich lauf gleich einfach weg Hinter uns sind auch welche Shit, ich hab Ich hab einen Hund an der Backe Lass mich einfach liegen Renn weg und erhol dich Ich kann aufstehen, aber ich weiß nicht Oh, der Hund kommt zu dir Nein Nein Ich musste wieder nachladen Ich hatte die Pistole wieder ausgerüstet aus irgendeinem Grund Das Spiel wechselt manchmal Automatisch Weiß ich auch nicht Wieso sind das so schwer auf einmal? Komm Gegner, komm Gegner, komm auch mehr Gegner Ich hätte gern was anderes als die Pistole Oder weißt du was? Vielleicht wechsle ich doch mal zu der Silent Roadflinte Aber dann habe ich gar keine Reichweite mehr Das gefällt mir auch nicht Willst du hier unten drin stehen bleiben und einfach bei den Türen decken oder so ein Scheiß? Ich weiß nicht Wir werden überrannt Also es ist wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll Aber ich kann gar nicht rüber, weil du da bist Ich glaube, was auch ein Problem ist, ist das Gegner wahrscheinlich einfach sterben, wenn wir Leute killen Sodass dann auf einmal wieder Gegner direkt vor uns stehen Ja, das Respawn, also von den Neuen ist echt ein bisschen fies gemacht Beginn bitte Ziel ist neutralisiert Ziel ist neutralisiert Was hab ich denn irgendwie nicht erwischt? Ja, es sind noch mindestens zwei weitere Runde irgendwo Okay, da sind wir eigentlich Zerteilen und suchen Hier ist jemand Da kommt wieder ein Da ist gerade wieder einer frisch gespawnt Ja, das war jetzt bitte silent Ah, fuck Da ist gerade einer vor meiner Weißt, ich tölt einen und das spawnt einer In In der Leiche So, so ungewöhn Oh, Hund, Hund, Hund Nein Wenn noch einer bei mir spawnt, dann sterbe ich Kontakt Galate los Galate Achtung Drehngas Mein Gott, Alter Mein Drehngas hat nichts mehr gebracht Ich brauche Drehngas los Ich brauche Drehngas los Die natürlich auch alle wieder Instinkt kommen Ich muss gar mit dem Hund kämpfen Da habe ich natürlich die Pistole noch ausgerüstet Mich hat sehr viel schenken Shit Boah, ich hasse Nein, natürlich habe ich den Hund nicht töten können wegen dem scheiß Schrank Ich habe den Hund nicht gekillt Okay, ich habe den vor mir gekillt Kann ich f'n? Hast du Lust, deine erste Hilfekenntnisse anzuwenden? Versuchen die Leute zu markieren Bleib bitte am Leben Ja, ich habe noch die Zeit Bist im Raum, oder? Ja, ich bin im Raum drin Oh, sehr gut Da spernt einer Hinten ist einer Aber der ist nicht weiter Wir haben es geschafft Da drüben in der Ecke ist glaube ich einer Ja, gar kein Problem mehr Nur noch neun Stück Ich habe 3 im Tränengas gekillt Ich habe 3 im Tränengas gekillt Das war natürlich super Assault Aber... Vielleicht Zellzug als Panther Ich höre wieder einen Hund Und es gefällt mir Null Er kommt zu dir rein Ich habe ihn nicht getötet Oh, er kommt zu mir Das ist doof, weil ich gleich abgeballert werde Ich habe keinen Tränengas mehr Äh Ich sehe keinen mehr Ah doch, da sehe ich jetzt gerade wieder einen neuen Ziel ausgeschaltet Die letzten 5 Ziel ist neutralisiert Da noch 2 Ach shit Ich sehe nur noch der eine Ich sehe keine weiteren Angreifer Fürs Erste Ja, fürs Erste Nicht unvorsichtig werden Die bereiten den nächsten Angriff vor So Ich habe meinen Tränengas wieder Ich meine, jetzt ja Schön Da kommen sie Mir gefällt es hier nicht mehr Sie kommen jetzt zum Haupteingang rein Okay Das ist der Haupteingang Ich wechsle das Team Die ist hier vielleicht später noch Ah, das sind Seuche Durchsucht alles Oh, natürlich Nützt mir mein Rauch ja gar nichts Hinter mir ist scheinbar wer gespawnt Da ist er Ah ja Shit Ziel neutralisiert ein Sunny gebrauchen Oh, der Kill war da Ich war auch nicht mehr auf der richtigen Waffe Gerade um den kümmere ich mich Was? Er hat anscheinend nur einen Schuss für dich gebraucht WTF? Das ist ein bisschen doof Hier ist jemand Das ist jetzt auch Sind wir jetzt wieder Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wieder Weil als du tot warst, waren wir wieder lautlos Deswegen Naja, versuche ich selbst zu bleiben Aber es ist ein bisschen schwer bei denen, weißt Die erkennen dich, wenn sie nackend dran sind Hey, ist da drüben alles okay? Nichts, hier ist gar nichts 24 gegen 1, ich sehe nur einen Gar nichts Wir sollten uns verteilen und getrennt suchen Das sind beides Kampfkills gewesen Das ist schade Nichts auf dem Thermalsichtgerät 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 Mein Thermalsichtgerät sei nicht verdächtigend Ich brauch jemanden, der bei der Schuze liegt Ach Für von mir Hier Siehst du was? Hier ist nichts zu sehen Da ist nichts Da teilen wir uns, hier ist alles okay Scheiße, sind da noch die drei gerade da? Was entdeckt? Ist leer Ist leer Dreh Unten Dreh 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 Das war's für heute. es ist viel zu viele vorne hinten das ist aber lang durchgehalten muss ich sagen ich bin fertig geworden ja meine t-shirts waren fertig gesagt dass die in der wäsche sind ich habe eigentlich erwartet dass wir zwei maps schaffen aber irgendwie sind wir noch an der ersten 10 welt ist leider sehr lange noch eine siebten welle mit schon 15 9 bei mir stand neun als sieben gesagt das habe ich nach oben geguckt und da stand neun 27 gegner ja aber da stand also ich habe eine alleinige sieben gesehen da stand doch nicht erst sieben und dann kam die zwei dazu oder bälle neun ich habe sieben da stehen gesehen kann nicht sein holy shit ich habe hier ein problem ich werde es nicht silent schaffen warum nicht es denke ich nicht mehr sein oder die leiche hat gerade noch granate losgerufen das ist sehr interessant ich habe schon von mir über mir fällt mir nicht fällt auch das level design nicht auch mein gott immerhin fangen sie nicht anzuklettern also die treppe rauf holt jetzt auf deiner seite voran so weit ok ist ein fett gepanzert aber lange überleben wer ich ja du wieso wer sonst nein aus davon bin ich ich aus meiner seite kommt irgendwie niemand da unten ist einer gespawnt oh mein gott hallo wieso willst du manchmal nicht schießen drückt doch naja das holz im weg gewesen aber das schießt hat gegen das holz wenn ich drücke möchte ich dass da was passiert irritiert mich halt wenn das mal nicht mehr passiert ist noch mal einer sieht mich wahrscheinlich erleuchtet mich richtig an vielleicht sieht er mich auch nicht da bist du zurecht noch acht vielleicht wer verraucht granate wer ist da drüben sind alle bei dir bei mir ist irgendwie immer noch keiner da kommen noch mehr ach mensch ziel ausgeschaltet Das war der letzte der Angriffswelle. Okay. Durchhalten, die bereiten gerade den nächsten Angriff vor. Müssen wir wieder zwei fangen. Weiß nicht, ob es an deinen Augen liegt oder am Spiel, aber es war nicht. Oh mein Gott, kommt der jetzt bei mir raus? Ich fang den da hinten ein. Ausschwärmen. Alles durchsuchen. Nein. Nein. Befreien? Ist das bei dir passiert? Jetzt bin einfach ich ne Geil. Ich habe ein Problem, ich kann den nicht töten. Cool. Könnte Hilfe beim Aufstehen gebrauchen. Haben wir da ein Game Over schon, oder? Ah, die können dich gefangen nehmen. Gab es das in Conviction nicht auch? Ja, das kann ich nicht. Ich bin gemein, da hatten wir das auch. Witzig. Das erste Mal passiert sehr bezocken. Okay. Ja. Oh mei. Wir spielen hier erst seit einer Stunde. Was tut der hier? Feindkontakt in 5 Sekunden. In 5 Sekunden? Ja, bis dahin bin ich da schon. Vor Ort ist eine wichtige Zielperson. Er muss unbedingt festgelegt werden. Pass hier auf, der kam da aus der Tür raus. Was? Ich will hier jemand anderen haben. Ah, wo kommst denn du her? Oh mein Gott. Wo kommt denn der her, Mann? Lass mich denn schnell fangen. Ach, dann lass doch. Könnt die dir aus jeder von diesen Türen rauskommen, oder wie? Dennis, ich habe gerade den Typen in der Hand gehalten und den zweiten abgeschossen. Dann hätte ich den angebunden und wäre zu dir gekommen. Das hätte man schon noch schaffen können. Du hast ja Zeit. Ja. Das ist mir einfach gar keine Zeit gegeben, dieses Mal. Ich will keine Geisel sein, Mann. Ich möchte eigentlich schon recht Stealth töten und nicht instant in den Lautenmodus gehen. Der gegnerische Anführer wurde als wichtiges Ziel identifiziert. Mein Gott, Alter. Sponchete jemand? Da war vorher, kam einer aus der Tür raus. Habt mich da nicht sehen, der Sack. Jetzt kam er wieder aus der Tür da drüben raus, wie scheint. Wo ist das? Ja, auf, der geht da um die Ecke rum, also. Ja, ich sagte, tu was. Ich dachte, du... Ich dachte, du schleicht um ihn rum, damit ihn... Ja, weißt du was? Dann baller ich ein komplettes Magazin in den Reihen. Okay. Beide, die wir einfangen müssen, sind hinter dir. Jetzt mach halt! Ziel ist neutralisiert. Rehn und fang ihn! Ich bin sicher. Nimm den anderen gefangen. Nicht den, den da hinten oder... Keine Ahnung, war es der Richtige? Schaffen wir es? Hä? Wir sind doch nicht game over! Okay. Viel gesichert! Gute Arbeit! Was? 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 Sammeln! Wir gehen rein! Kochgranate los! Oh shit, das wollte ich jetzt nicht! Ich sehe überhaupt nichts! Was soll denn das? Wofür hab ich eigentlich Thermalsicht? Okay. Kommt ein ganz fetter! 2-3 qualisieren! Weih, war es ein lautloser Kill? Warum war der jetzt lautlos? Was zur Hölle? Ich zähle ihn dir separat. Ich hab nicht mal mit der richtigen Waffe geschossen! Warum war der lautlos? Der war alleine! Kein Haaler! Ich weiß! Ich werd grad gesehen! Ja, das war auch wieder lautlos! Du bist gestorben! was er hat die brauner leine so wenig schüsse er war auch launlos nein kann ich schießen er war auch launlos aua nein nein nicht armbrust was zur helle schieß was der markant der steckler hat ich hoffe da kommt gerade keiner ich muss mich mal ganz kurz warte was da oben ist sogar einer der auf mich schießen kann ach das ist der letzte sogar da ist er das war vorerst der letzte von denen wo waren die so viele kills waren jetzt launlos ich glaube im spiel ist sie geglischt wer weiß aber wie behaupten wir jetzt mal ab wir speichern das jetzt erstmal ich habe auch nur tödlich sagt auch warte doch ich war versehentlich kurz auf armbrust vielleicht habe ich den eingegast oder so ja wenn du genau so viele punkte gemacht hätte ich nein das geht ja nicht naja salt haben wir du hast aber wesentlich mehr salt gemacht als unter wobei zwangsweise wenn einer von uns auffliegt zählt sie für beide dann sehen wir uns in der dritten map wieder ich hole mir erstmal noch was zu trinken wir haben die überweisung erhalten bewerten nicht vergessen und tschau oder gps sagen Comment ich ich Vielen Dank.